Hallo, in diesem Video beschäftigen wir uns mit Wahrscheinlichkeiten und Erwartungswerten. Okay, dies tun wir an einem Beispiel. In diesem Beispiel haben wir eine Urne mit sechs roten Kugeln, drei grünen Kugeln und einer weißen Kugel. Der Einsatz des Spieles ist 50 Cent und Gewinn ist, also man zieht zweimal ohne Zurücklehnen. Und falls man eine oder zwei grüne Kugeln zieht, bekommt man 60 Cent. Und falls man eine weiße Kugel zieht, bekommt man einen Euro. Hierzu schauen wir uns zuerst die Wahrscheinlichkeiten an, dass wir eine grüne Kugel ziehen. Das machen wir an einem Baumdiagramm. Und hier haben wir grün, kein grün, grün, kein grün, grün, kein grün. Die Wahrscheinlichkeit beim ersten Zug grün zu bekommen ist drei Zehntel, weil wir drei grüne Kugeln haben und zehn insgesamt. Kein grün ist dementsprechend sieben Zehntel. Dann hier eine grüne Kugel zu beziehen ist, naja, wir haben eine grüne Kugel schon gezogen und haben sie nicht zurückgelegt. Also haben wir noch zwei Kugeln, die grün sind aus neun Kugeln, weil wir sie nicht zurückgelegt haben. Und hier haben wir auch nur noch neun Kugeln, aber noch alle sieben Kugeln, die nicht grün sind. Und hier in diesem Fall haben wir drei Kugeln, die grün sind, da wir hier keine grüne Kugel gezogen haben, aus neun Kugeln, weil wir sie nicht zurückgelegt haben. Und in diesem Fall haben wir sechs Kugeln, die nicht grün sind, da wir eine nicht grüne Kugel rausgezogen haben, aus neun Kugeln. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eine oder zwei Kugeln grün sind, ist dieser Zweig, dieser Zweig oder dieser Zweig. Oder wenn wir uns einfacher machen, können wir einfach sagen, wir nehmen eins minus diesen Zweig, da wir wissen, dass die Summe von denen allen eins ist. Also folgt daraus die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine oder zwei grüne Kugeln haben. Das ist gleich eins minus sieben Zehntel mal sechs Neuntel. Das können wir kurz ausrechnen. Eins minus sieben durch zehn mal sechs durch neun. Und dann bekommen wir, das sind 0,5 Periode 3. Ja. Jetzt machen wir das noch mit der weißen Kugel. Da haben wir auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir weiß und nicht weiß ziehen. Also wir haben weiß, kein weiß, weiß, kein weiß, weiß, kein weiß. Hier ist die Wahrscheinlichkeit, ein Zehntel. Und hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmal weiß ziehen. Wenn wir nur noch eine weiße Kugel haben und nicht zurücklegen, ist 0,9. Und hier, dass wir keine weiße Kugel ziehen, ist die Wahrscheinlichkeit, ja, alle Kugeln außer eine sind nicht weiß. Und wir haben noch neun Kugeln, also neun Neuntel. Dann haben wir hier die Wahrscheinlichkeit, dass wir kein weiß ziehen, sind auch neun aus zehn. Und hier die Wahrscheinlichkeit, dass wir kein weiß ziehen, ist jetzt neun aus neun. Ach, stimmt gar nicht, acht aus neun. Wir haben neun weiße Kugeln, äh, neun nicht weiße Kugeln und zehn Kugeln insgesamt. Also hier die Wahrscheinlichkeit neun Zehntel. Und jetzt haben wir eine nicht weiße Kugel rausgenommen. Deshalb wären es hier acht nicht weiße Kugeln, aber insgesamt sind noch neun drin. Deshalb hier acht Neuntel. Und hier, dass wir eine weiße Kugel ziehen, ist wieder ein Neuntel, weil wir noch neun Kugeln drin haben und eine weiße Kugel insgesamt da drin ist. Jetzt können wir, wie oben, wieder uns anschauen, dass wir den Weg nehmen, der 0 ist, plus den Weg, plus den Weg. Weil in all diesen Wegen haben wir genau eine weiße Kugel. Also wir würden schauen uns wieder die Alternative an und gucken uns diesen Weg an und ziehen ihn wieder ab. Also hier haben wir eine weiße Kugel, hier sind überall keine weiße Kugeln. Und hier auf dem Weg haben wir auch eine weiße Kugel. Deshalb können wir diesen Weg nehmen. Im selben Argument, dass die Summe davon hier unten gleich 1 sein muss. Okay, die Wahrscheinlichkeit von einer weißen Kugel ist dementsprechend 1 minus nicht weiß, nicht weiß. Neun Zehntel mal acht Neuntel. Das können wir wieder ausrechnen. 1 minus neun Zehntel mal acht Neuntel. Wie kriegen wir es wieder weg? Acht durch neun. Und das ist 0,2, also 20% Chance, dass wir die weiße Kugel bekommen. Okay, und jetzt können wir uns noch anschauen, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir weder diese grüne Kugel bekommen, noch die weiße Kugel. Also die Wahrscheinlichkeit, die Restwahrscheinlichkeit. Und ne, da wir wissen, dass alle Wahrscheinlichkeiten aufaddiert 1 sein müssen, können wir sagen, die Wahrscheinlichkeit von sonst, was natürlich gleich ist zu, dass wir nur rote Kugeln ziehen. ist gleich 1 minus der Wahrscheinlichkeit, dass wir 1 oder 2 grüne ziehen, minus die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine weiße ziehen. Und das ist dann eine Zahl, 1 minus 0,5, bei der 3 minus 0,2. Jetzt können wir wieder ausrechnen. Und dann haben wir 1 minus 0,2 minus 0,5, 3, 3, 3, 3. Und das ist dann 0,26, Periode 6. Und jetzt, um den Erwartungswert zu bekommen, müssen wir all diese Wahrscheinlichkeiten gewichten mit dem Gewinn oder Verlust. Also wir wissen, dass wir, wenn wir rot, ähm, also Erwartungswert, Erwartungswert, nennen wir mal e, ist jede Wahrscheinlichkeit gewichtet mit dem Gewinn oder Verlust. Und jetzt können wir sagen, dass unser Erwartungswert, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass nur rot, oder sonst, wo wir also nichts gewinnen, der wird gewichtet mit unserem Gewinn oder Verlust. Naja, unser Einsatz ist 50 Cent, also wird er gewichtet mit 0,5 Euro. Dann haben wir noch die Wahrscheinlichkeit, dass weiß, der wird gewichtet mit einem Euro, weil wir da einen Euro gewinnen. Beziehungsweise, wir gewinnen nicht mal einen Euro, wir haben noch einen 50 Cent Einsatz, deshalb müssen wir da 50 Cent von abziehen. Und dann haben wir noch die Wahrscheinlichkeit von 1 oder 2 Grün. Und da kriegen wir 60 Cent, aber wir müssen ja 50 Cent fürs Spiel bezahlen. also bekommen wir das. Dann können wir das mit Zahlen einsetzen. Dann haben wir 0,26 mal minus 50 Cent plus die Wahrscheinlichkeit für weiß war 0,2 mal 1 Euro minus 50 Cent sind 50 Cent. Und jetzt plus die Wahrscheinlichkeit für 1 oder 2 Grün war 0,53 0,53 und das 50 Cent minus 60 Cent minus 50 Cent ist 10 Cent. Und jetzt können wir das wieder ausrechnen. also nehmen wir uns einen Rechner. Dann haben wir 0,26 mal minus 0,5 Cent ich hoffe mal das schluckt ja plus 0,2 mal 0,5 Euro plus 0,53 mal 0,1 Euro und dann bekommen wir 0,02 0,02 also bei jedem Spiel bekommen wir ungefähr 2 Cent. Jetzt wollen wir wissen, was unser zu erwartender Wert nach 10 Spielen ist also nehmen wir unser Erwartungswert mal 10 10 Spielen und dann können wir einfach sagen 10 mal E ist gleich 10 mal 0,02 und das ist können die 0 mit dem machen dann haben wir insgesamt 0,2 Cent was dann 20 Cent sind. Also wir können nach 10 Spielen ungefähr 20 Cent als Gewinn erwarten. Ich hoffe das hat geholfen. gesprich es 1 bis 0 Vielen Dank.